Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel NimdenLP. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Cookie und wir spielen heute eine weitere Episode Necropolis. Wir haben ja hier das letzte Mal aufgehört, weil wir keine Marken haben. Ja, traurig aber wahr, die dreiste Pyramide versucht uns immer eine tolle Kiste zu geben. Wer weiß, ob die nicht uns umbringt, die Kiste, kann ich nicht beurteilen, ich habe immer noch keine aufgemacht. Aber hey, das macht man nicht alles. Und ich wollte euch dieses Schild mal zeigen, das haben wir in der letzten Episode uns nicht wirklich angeguckt. Aber sieht es nicht schön aus, es hat Augen, es hat einen offenen Mund und es sieht aus, als könnte es ziemlich viel Schlucken, also Volumen, Stauraum halt haben. Wenn ihr da versteht, was ich meine, damit laufen wir auch jetzt ein bisschen rum, gucken wir mal, was in der nächsten Ebene ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns erwarten wir. Ui, das war aber nett, kein Ding. Oh, wie flügt der denn so? Ach, das ist... Das ist die neue Sache, eine neue Waffe, wie cool. Aber wenn sie wenigstens auch noch Schaden machen würde, ne? Ah, da komm mal her. Und zack, zack. Oh, cool. Muss ich aber auch prüfen. Das ist cool. Komm, du schlägst ja mit in deinen Mecken. Gut, wär's natürlich kacke, wenn jetzt jemand anderes noch dabei wäre, ne? Hm. Oh, was haben wir denn so alles gekrischt? Erstmal die Lupe. Oh, Normalration nehme ich gerne. Was haben die hier? Faules Essen. Oh, faules Essen. Jupp. Was mit Axt? Ach, die Hortler-Axt. Äh, hm. Die... Ah, Ilanek-Langschwert. Das Volk von... Ianek oder... Ah. Ilanek verwendet diese Eis-Langschwert, wie auch Hortler... Ist das denn ernst? Serious? Er brennt. Er brennt einfach mal. Oh. Ey, wollt ihr mich verarschen? Aua. Ich will hier nicht sterben. Krieg mal schnell. Keine Ahnung, was ist mit dem Aua. Ahnung, was ist mit dem Aua. Ja. Ja, meine Freunde. Heute ist ein trauriger Tag. Denn euer Cookie hat wie immer versagt. Wo es gut wird. Ich krieg da... Ach, indem ich sterbe, krieg ich Gunstmarken. Hm. Farm freigeschaltet, okay. Weiß immer noch nicht, wofür die Farben sind. Eui. Eui, ist das bitter. Ist das bitter, meine Freunde. Ich bin scheiße. Ich hätte einfach die Klinge wechseln sollen. Und ich hab's nicht getan. Wir hatten so coole Sachen. Hm. Aber hey. Neues Spiel, neues Glück. Hm. Ich bin nicht so der Fan von der Kleinen hier. Aber für die Varietät machen wir's. Und diesmal nehmen wir die Tochter natürlich. Weil die hatten einen Hüftschwung. Halleluja. Kodizias enthalten unendliche Geheimnisse. Alle Wahrheiten der Welt kommen hier ans Licht. Mit Ausnahme von den Werken Edmunds der Treppen. Der Typ ist wirklich nicht ganz dicht. Irgendwie hab ich ein Déjà-vu Gefühl. Das hatten wir doch schon, ne? Ey. Sekunde. Ich bin noch ganz schläfrig. Hm. Ach, genau. Schon wieder erwache ich aus dem tiefsten Donröschenschlaf. Ihr habt die Nekropolis von der Praxis erlegt. Haltet eure Klinge. Blah, blah, blah. Obacht, die Steuerung. Jo. Danke. Jeder muss die Steuerung. Äh, hier wie hieß es. Benutzen. Ich hab das schon verstanden, mein Lieber. Wir machen das schon, ne? Jetzt kommt wieder dreckige Musik. Gute Arbeit, blah, blah. Ich bin das dreiste Ertreib. Ihr macht ein Klärung, Eindruck. Sucht ihr den Ausgang, dient mir. Und ihr werdet mit Kunstmarken belohnt. Sehr nett. Schreiber schienen ihre Arbeit ein wenig zu gut zu machen. Sicherlich hat er jetzt geschrieben. Und wir hätten uns jetzt schon gleich sowas holen können. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Farben sind. Gibt es hier vielleicht irgendwo Erklärung zu denen? Ne, ne? So, meine Freunde. Das letzte Mal sind wir links lang gegangen. Diesmal machen wir wieder rechts, wo wir auch schon in der allerersten Episode gestorben sind. Aber hey. Vielleicht klappt es ja diesmal besser. Versuch es mal damit. Ich will sehen, was euch widerfährt. Ach, nebenbei. Ich mache erst mal ein bisschen was zu essen. Bisschen was. Ich habe nur eine Sache noch. So. Komm mal rauf, Junge. Nein, sorry. Ich bin so eine Frau. Oh. Ich bin eine tolle Abenteurerin. Ich bin ein Girl Gamer. Kennt ihr die? Die immer sagen, oh, ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Oh. Oft kann man denen gar nicht erst glauben. Okay. So einen Raum hatten wir noch nicht. Interessant. Oh, shit. Aber natürlich. Natürlich, komm. Aua, 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 aua. Ah, komm. Komm, meine Freunde. Nein. Goldie, bleib, wo du bist. So, das haben wir schnell gemacht. Haben wir hier noch irgendwas? Öh, nö. Spinnenweben. Eine Ecke. Und ein viel zu großes, zu gemauertes Fenster. Hm. Man sollte hier echt mal wieder Staub putzen. Guckt euch das an. Also jemand mit einer Staubballer, der will einfach abnippeln. Der will direkt sterben, der arme Kerl. Hallo. Komm hinterher, mein Kleiner, ja? Wow. Mhm. Machen wir mal ein bisschen mit dem Run, ne? Oh, oh, oh. Oh, ja. Und? Ich komme immer noch nicht drauf. Klar, wer hat so schöne Sachen. Sie waren so schön. Und jetzt sind alle weg. Hallo, Kleiner. Das ist doch... Jetzt weiß ich wenigstens, wo wir die Juwelen und alles sind. Was steht denn hier? Nach seinem letzten Kampf gegen... Oh, 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 oh. Ja, komm. Du bist der Nächste. Mann, ich habe kaum Stamina. Schon wieder. Also generell kaum Stamina. Das ist echt schlimm hier mit dem. Nach seinem letzten Kampf gegen Ulex de Arctus... Ne, Ulex de Arctus... ...starb ein Teil von Abraxas. Natürlich starben alle Teile von Ulex de Arctus. Gewinner! Prinzipien, ne? Komm, kleine Ratte. Was auch immer, drei Schwänze. Wo gehen wir lang? Komm, wir machen erstmal... Ah, wir sind sowieso schon... Ich habe so richtig das Gefühl, wir sterben. Wir selten den Groguem wieder nehmen sollen. Was in Gott's Namen? Spinnen. Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche eine neue Waffe. Ihr sicherlich auch. Wenn ihr dieses Spiel spielt, kennt ihr das Problem. Ja. Ja, ich brauche mehr Juwelen. Wie ich es mag. Ah. Hm. Komm wir da jetzt an die Tür? Äh, 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 äh. Stehen bleiben. Oh, haben wir übersehen. Gott sei Dank hat es uns hier hingeführt. Ziemlich nett. Und da haben wir auch noch was übersehen. Huah, 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 huah. Danke fürs Geld. Bin gespannt, wann wieder die Selbstmörder kommen. Finde ich ja schrecklich. Das kleinen Krabben. Ich dachte, die würden dich noch fesseln, aber Gott sei Dank war das nur so eine Trap. Das hätte ich wohl schwieriger machen sollen. Ihr habt ja fast keine lebensbedrohlichen Wunden. Solltest du mir nicht helfen? Hallihallo. Schöne. Der Schnetzler ist wieder hier. Ja, komm. Lass mich raten. Falsch geraten. Ertreut euch. Ich bin definitiv schon mal besser als am Anfang. Wäre auch traurig, wenn nicht mehr. Warum kriegt sich die ganze Zeit diese Arcane Apple hier? Oder was auch immer das jetzt ist. Stirb, 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 stirb. Graubart, was ist denn hier? Kennt ihr noch Weihnachtsmann und Coca-Gee? War das Krautelbart? Krändelbart? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, komm. Mein Ernst? Hast du da auf mich gelauert? Immer diese alten Perversen. Kennt ihr das? Lass einen nie in Ruhe. Sind auch sicherlich die, die in der Straßenbahn immer versuchen, einen nahen Körperkontakt mit einzuhalten. Oder im Zug oder sonst wo. Ein Bus ist auch eine gute Möglichkeit. Mal gucken, wo es lang geht. Oh. Sind wir also doch richtig gewesen. Hm. Erkrankes Essen. Hop, hop, hop. Mystische Energie regeneriert euren Körper. Und du gibst mir deine Juwelen, danke. Ah, die sind so nett, dass die mir immer sowas geben. Ah. Papi, didi, didi. Dadadada. Pap, didi, didi, didi. Bababa. Nächste Team überhaupt. Yo, hallo, Skelett, Mann. Hast aber, hast aber nicht mehr viel Fleisch auf der Rippe, hä? Oh Gott, war der schlecht. Oh, nee, so einer schon wieder. Oh, 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 oh. Komm mal her, Kleiner. Schnell mal essen. Wow, wow, wow. Komm, kommt her. Wir haben eine neue Waffe. Machen wir das einzig das Richtige? Komm mal her. Ah, spinn mal shit, ey. Ey, die gute Machete, ne? Oh, nee, die wären wir gerade eiskalt umgebracht worden. Hm. Abenteuerkreide. Ich brauch keine Abenteuerkreide. Oder braucht man Abenteuerkreide? Ich hab keine Ahnung. Ein unbekannter Trank. Hm. Was kann denn schon passieren, ne? Einer gegen Krall. Oh. Kommt die evolutionierte Version von Weißmilne. Gut. Kommt her, kommt her. Ja, ja, du wirst jetzt auch noch Knochenpulver verarbeitet. Mal schnell was essen. Sonst sind wir so gut wie tot. Ja, komm her. Face-Tanking, Face-Tanking. Kein Wunder, dass das letzte Mal ein Storbruch ist. Fertig, keine Barker. Es gibt noch unendlich viele Dinge zu erledigen. Warum ist der jetzt mit einem Hit ge... Öh, ja. Wir haben aber jetzt hier nicht gerettet. Das ist ein Unverschämter. Denkt ihr beschaffen das? Guckt unsere HP an. Bist gesagt, beide. Was passiert jetzt? Lass mal einen Trank benutzen. Er hat mich geheilt. Gott sei es getan. Ey, yo, Captain Chick. Wie geht's dir? Aua. Ich hätte gerne, dass die Klingeln ein bisschen, aber auch noch ein bisschen stärker ist. Oh. Jo. Muss man da rüberspringen? Was gibt's denn da drüben? Irgendwie nichts, ne? Hm. Ich will nicht noch mal sterben, meine Freunde. Deswegen traue ich mich gerade nicht. Okay. Ist auch nichts passiert. Ich dachte, das würde sich vielleicht ein bisschen drehen oder so. Oh. Good girl. Give me your money. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Mama braucht ein paar neue Schuhe. Na, kommt schon. Zack. Oh, nur der ist kaputt. Hast du Knochengriff überlebt? Scheinen ja Tanks zu sein. Komm mal her. Oh. Ich sehe, komm, was? Meine Kameraführung. Bett. Oh. Aha. Der Screamer hier. Holzt seine Kollegen. Mamma mia, mamma mia. Let me go. Da, 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 da. Haben wir geschafft, haben wir geschafft. So, alle die Goro Kuno Basket Gang müssten in die Zone, meine Freunde. Nur so schaffen wir es. Ja, nichts Besonderes, nichts Besonderes. Ja? Warum? Haben sie sowas gebaut? Na ja, egal. Ich bin eine Abenteurerin. Ich bin so einsam, so unglaublich einsam. Ich brauche neue Klamotten, ich weiß nicht mehr, ob ich hübsch bin. Ich benötige 200 Juwelen. Unverschämt halt. Na, dachte ich mir. Jo, ist das dein Ernst, Alter? Hat er mich jetzt erschrocken? Na, aber da ist er für mich, komm. Zeig mal. Immer noch nicht. Hammer der Zeit, der Zeit vergeht nur langsam wie auch das Eis, das sich auf diesem Hammerkopf befindet. Beides kann tödlich sein, nur eben nicht für Schneckenmager. Ja. Oder kein kleiner. Na? Was seht ihr jetzt hier? Was? Es leuchtet. Sehr fair. Jetzt essen wir erstmal ein bisschen was. Alter. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das wurde aber auch echt zahlt. Du 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 du. Cool wäre es, wenn du irgendwas hast mit HP regenerieren, wisst du was ich meine? Eine total magische Schriftrolle, Rang vier. Nehmen wir mal mit, ne? Nee, ist noch Rang 2 Oben gibt es wieder denselben Mist Jetzt gehen wir erstmal wieder ein paar Vasen klatschen Entschuldigt, dass ihr euch es mit mir ansehen müsst Aber die Folge ist eh gleich vorbei Gucken wir uns noch an, was oben ist Und ich schätze mal, wir nehmen den Segen mit Ja doch, wir nehmen den Segen mit Oh, mir ist gerade aufgefallen Wir dürfen gleich die Kiste öffnen Ja, meine Freunde Das allererste Mal Mal gucken, ob er was drin hat Ob er uns tötet oder nicht Ich habe keine Ahnung Vielleicht lacht er dann einfach nur 30 Was ist das denn? Normale Ration? Neh, mich Immer Geld mitnehmen Was hast du für einen Kuss? Hm, keine Ahnung, wann das hier ist Jo, es sieht uns aber ziemlich ähnlich Die hat Dual Die hat Dual Kling und ich nicht Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen Vernachlässigt Aber ich weiß auch nicht, was es alles für Waffenarten gibt Was hatten wir denn jetzt bis jetzt? Ein Hammer? Äh, Schwert? Ja, so, also von den Formen her Eine Axt, eine Axt, eine Axt Ja, das war es eigentlich, ne? Bob-di-di-di-di-di Jetzt erstmal wieder runterlaufen Dum, dum, dum Ich muss wirklich sagen Die hat aber Sicher Die hat aber Ein gebärfreudiges Becken Sie wird Abenteuerin Hm Wer weiß, was ihre Kinder werden Vielleicht auch so ein Mega-Abenteurer Ich weiß es nicht Aber bei meinem guten Glück Das ist Nehmt euch vor beschädigten Schnorkelein in Acht Die sind weniger harmlos Mhm Willst du uns umbringen? Kann das sein? Ja, komm Werden wir gleich sicherlich mitnehmen So, ich bedanke mich auf jeden Fall Dass ihr euch die Folge angeguckt habt Es ist ein Like da, wenn ihr es gemocht habt Oder ein Kommentar, wenn es euch gefallen hat Oder ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für mich habt Also dann, meine Freunde Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Oder am Abend Je nachdem, wann ihr euch die Folge anguckt Und danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal